Ja, ihr kennt es von mir nicht anders, ich bin mal wieder ein bisschen spät dran, deswegen gibt es jetzt auch erst in der zweiten Januarwoche den Jahresrückblick 2012 und ich habe ein paar Überraschungen für euch. 2012 habe ich 69 Bücher gelesen, was für meine Verhältnisse eigentlich ziemlich wenig ist und trotzdem habe ich keine Lust, euch über alle 69 Bücher etwas zu erzählen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Art YouTube-Jahresrückblick. Ich lasse nochmal ein bisschen Revue passieren, was ich so in dem halben Jahr, seitdem ich bei YouTube aktiv bin, gemacht habe und es wird für euch noch eine Überraschung geben, nämlich Zusatzmaterial, was es bis jetzt nicht online geschafft hat und was auch sonst nie wieder online kommen wird, denn das zu Recht. Tja, wo fange ich also an? Wie schon gesagt, ich bin jetzt ungefähr ein halbes Jahr bei YouTube, ein bisschen mehr. Ich glaube, mein erstes Video war am 31.05. und seitdem habe ich 49 Videos online gestellt und ihr, das ist der absolute Wahnsinn, Leute, habt über 31.000 Mal draufgeklickt. Vielen Dank dafür. Das ist, wenn man sich die Zahl mal vorstellt, dass wirklich 31.000 Mal meine Videos angeklickt wurden. Das ist so Wahnsinn. Und ein bisschen peinlich, wenn ich mir überlege, was ich da so alles online gestellt habe. Egal, ich freue mich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Tja, noch erstaunlicher fand ich eigentlich die Zahl, die ich in meinen Statistiken nachgucken kann, wie viele Tage das insgesamt sind, die meine Videos angeschaut wurden. Denn das sind, sagen beschreibende, 53 Tage und 23 Stunden. Also praktisch 54 Tage lang habt ihr meine Videos geschaut. Habt ihr nichts anderes zu tun? Finde ich super. Tja, und jetzt dürft ihr dreimal raten, was das meistgesehenste Video von mir war im Jahr 2012. Ich verrate es euch. Mit 5 Tagen und 21 Stunden Wiedergabezeit und über 3000 Klicks war es... Shades of Grey. Leute, ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Nein, nicht wirklich. Ich fand es nur sehr witzig, dass ausgerechnet das jetzt das meistgesehenste war. Ähm... Ich hoffe, auch meine anderen Videos haben euch gefallen und nicht nur das, wo ich mir einen Bart anmale und... ...über Shades spreche. Aber um wieder schnell zu anderen Videos zu kommen, ich hab natürlich in der Zeit auch Videos gemacht über Bücher, die mir unheimlich gut gefallen haben. Wie zum Beispiel die hier. Das ist so wunderschön geschrieben, das kann ich jedem empfehlen. Aber im Großen und Ganzen ist die Hassliste ein wirklich tolles Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich weiß, ich schwärbe in letzter Zeit ziemlich viel von Markus Zusack-Büchern. Und auch über Bücher, die ich ganz furchtbar fand und... Wie die hier. Es ist so falsch. Es ist... Alles so falsch. Selbst im 19. Jahrhundert, die Frauen waren wahrscheinlich nicht so trantötig, unnütz und nervig wie Kate. Was zum Henker ist hier eigentlich los? Ich hab mir ja sogar die Zeit genommen und zwei Kurzfilme für euch gedreht. Einmal das Geständnis einer Leserin und dann noch das Halloween-Special mit Paranormal Subtility. Und ja, zwei weitere Specials hab ich noch gemacht. Das war einmal das 250 und das 500-Abonnenten-Special. Ich bin schon sehr gespannt, ob wir 2013 jetzt das 1000-Abonnenten-Special schaffen. Und ich plane schon irgendwie, was ich da mache. Vielleicht stelle ich mich vor die Kamera und singe, bis ihr Ohrenbluten habt. Wir werden sehen. Ja, aber um zurück zum Thema zu kommen. Ich hab euch mit unheimlich vielen Vlogs zugeschwemmt. Und mir ist aufgefallen, dass ungefähr... Naja, die meisten davon ziemlich sinnfrei sind. Also cool, dass ihr trotzdem zugeschaut habt. Und ich hoffe, ich konnte euch dafür am Serbensonntag wenigstens ein bisschen zum Lachen bringen. Und ich hab euch da ja auch ganz viele meiner Mitbewohner vorgestellt. Wie zum Beispiel Mandy oder die Superbibio-File, den Teufel in Person, wenn ihr euch erinnert. Und auch ein paar lesende Männer. Wer es allerdings niemals wirklich online geschafft hat, und das vollkommen zu Recht, wie schon erwähnt, war meine Zwillingsschwester Miri. Da war ursprünglich mal geplant, dass sie eine ganze Reihe von Videos bekommt, in denen sie euch Klassiker in 5 Minuten erklärt. Das Problem ist nur, sie ist ein bisschen extrem merkwürdig und ich wollte euch nicht unbedingt traumatisieren. Ich zeige euch da jetzt mal einen Ausschnitt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Also, Ausschnitt ab! Öfft die Kamera schon. Ja, ihr seht, das war ein bisschen verstörend. Das ganze Video wird es niemals geben für euch. Tut mir sehr leid. Ich hätte euch da noch besser meine Begegnung der dritten und flauschigen Art zeigen können, die ich einmal hatte, als ich einen Drehort für ein Video gesucht habe und auf einem Feld gelandet bin. Schaut mal, das ist doch mal was. Damit habe ich doch wenigstens auch den Cuteness Factor in diesem Video abgehakt. Genauso sinnfrei wie Miri, aber vielleicht noch ein bisschen unterhaltener. Tja, aber natürlich war das noch nicht alles. Denn abgesehen von den Videos auf meinem Kanal, habe ich mich ja auch sonst ein bisschen auf YouTube rumgetrieben. Und ich muss sagen, ich habe unheimlich viele tolle andere Kanäle entdeckt. Ich hatte das große Glück, ich durfte bei dem Videodreh zu Der letzte Sommer von YTT mitmachen. Ich glaube, es ist immer noch nicht raus, wer ich da bin. Kaum jemand weiß das, zum Glück. Und außerdem habe ich ja mit einer Kurzgeschichte von mir einen Schreibwettbewerb gewonnen. Und diese wurde dann letztendlich in einer szenischen Lesung verfilmt und ist auch bei YouTube online zu finden. Ich glaube, den Link setze ich euch mal einfach hier unten in die Kommentare. Da könnt ihr also gucken. Und ja, das Allertollste war natürlich im Jahr 2012 die ganzen tollen Leute, die ich hier kennengelernt habe. Ich möchte mich jetzt nicht bei jedem Einzelnen bedanken. Das würde, glaube ich, den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber ich hoffe, ihr wisst alle, dass ich euch meine. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich so viele nette, liebe, unglaublich lustige und kreative Menschen kennengelernt habe. Also, damit hätte ich am Anfang nie gerechnet, als ich mein erstes Video online gestellt habe. Und tja, und was wird jetzt 2013 bringen? Ich habe selber eigentlich noch nicht so wirklich eine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall weiter Videos, weil ich nun mal Spaß dran habe und ich hoffe, ihr auch. Und tja, vielleicht mache ich mal ein paar Follow-me-arounds, dass ich euch mitnehme in die Buchhandlung oder sonst irgendwas, was typisch für Bücher ist und mit mir zu tun hat. Mal sehen. Wenn ihr Interesse dran habt, könnt ihr mir das ja mal eben sagen. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ich ein paar weitere Leseratten-YouTuber finden könnte, die hier aus der Nähe kommen, also Ruhrgebiet irgendwo. Und vielleicht könnte man ja mal was zusammendrehen. Ansonsten lasst euch überraschen, genau wie ich, weil ich noch keinen Plan habe, was eigentlich passieren wird. Das Einzige, was ich jetzt schon weiß, ist, dass wir uns am Sonntag wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und ich hoffe, ihr freut euch auch auf den Serbensonntag, so wie ich. Tschö! Okay, es geht zum, verdammt, Jahres... Meine Augen sind grün-braun. Und man sieht, dass ich zu wenig geschlafen habe, weil... Oder ich konsumiere Drogen. Das wisst ihr natürlich jetzt nicht. Indem ich nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, was ich in dem halben Jahr, in dem ich seit Ju... In dem ich schon bei YouTube bin... Wo hat der Satz angefangen? Was mache ich denn da? Was macht das? Das ist ein bisschen. Dass ich mich Princeton, in dem ich glaube, dass ich mir noch nicht ko...